Hallo und recht herzlich willkommen liebe Gaming-Freunde, mein Name ist Sirius und das hier sind die Daily News am Sonntag, das letzte Mal vor der Gamescom. Bleiben wir direkt beim Thema Gamescom, denn es kommen nach wie vor Fragen auf, wo ich denn zu treffen sei auf der Gamescom und ich habe es glaube ich in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Wochen andauernd und oft genug gesagt, aber heute nochmal für euch. Ich bin zu finden bei Ubisoft, hier ist meine Akkreditierung sozusagen, ich bin Frank Sirius, Keyspeaker, ein externer Mitarbeiter von Ubisoft und ich bin bei Ubisoft auf dem Rainbow Six Siege Stand anzutreffen, um genau zu sein von Dienstag, da kommt noch keiner rein, Mittwoch Pressetag, falls ihr da sein solltet, also der Fachbesuchertag, ansonsten Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Tag auf dem Rainbow Six Siege Stand bei Ubisoft und wer noch nicht 18 Jahre alt sein sollte und dort nicht hineinkommt, weil es ist ja ein Spiel ab 18 eben, da überlege ich mir derzeit, ob ich das in den Mittagspausen mache, dass wir einfach sagen, hey, ich mache halt irgendwie immer um 2 Uhr Mittag oder so und dann treffen wir uns einfach vor dem Stand oder irgendwie sowas, das werde ich dann aber auf der Messe bekannt geben, weil die aktuelle Zeiteinplanung, also wann ich jetzt Pause mache und wann noch nicht, das wird erst so Dienstag, Mittwoch feststehen, wenn ich auf der Messe bin, dann werde ich das aber auf jeden Fall tagtäglich auf Facebook und Twitter teilen, ich hoffe, das waren jetzt genug Informationen, wo man mich auf der Gamescom trifft, Ubisoft, Rainbow Six Siege Stand nicht vergessen. Windows 10 ist da und ich habe das auch schon auf dem Asus Notebook installiert und wer das Video von gestern gesehen hat, der hat mitbekommen, dass ich gezeigt habe, wie man die Xbox One auf das Notebook bzw. auf den PC streamen kann und was das denn eventuell bringen könnte. Jetzt ist es tatsächlich so, dass sich eine Menge Leute das Feature natürlich auch in der umgekehrten Richtung wünschen, also dass man vom PC aus streamen kann auf die Xbox One, dann bräuchte man noch Maus- und Tastatursupport und es wäre zum Beispiel möglich, dass die Xbox One am großen Fernseher steht, im Wohnzimmer, der PC beispielsweise im Arbeitszimmer steht und ihr einfach ein Spiel über Steam, Origin, Uplay laufen lasst und das im Wohnzimmer auf eurer Xbox zockt. Dafür bräuchtet ihr zum einen Maus- und Tastatursupport, da arbeitet Microsoft angeblich dran und Phil Spencer, seines Zeichens von Microsoft, hat auch gesagt, er versteht, dass die Spieler sich das wünschen und es wäre aber wesentlich schwieriger, weil die PCs halt ganz einfach so viele unterschiedliche Spezifikationen haben, also dieses Encoding vom PC in Richtung Xbox wäre wesentlich aufwändiger, aber sie würden aufwändige Aufgaben lieben und so wäre es in der Tat eine Möglichkeit, dass es in Zukunft auch in die andere Richtung funktioniert. Laut EA wird es eine neue Battlefield-Erfahrung geben und zwar im dritten Quartal des Fiskaljahres 2017. Hä? Ja und zwar geht so ein Geschäftsjahr immer bei Firmen von April bis April. Das ist, weil man das Weihnachtsgeschäft dann immer noch im aktuellen Jahr mit drin haben möchte und deshalb ist das immer ein ganz klein bisschen komisch ausgedrückt. Das bedeutet aber nichts anderes als Battlefield V wurde hiermit offiziell von EA bestätigt und angekündigt und das dauert allerdings noch ein ganz klein bisschen, bis das erscheinen wird. Was sie zudem noch gesagt haben, ist, dass sie drei neue Originalmarken auf den Weg bringen werden und das wird Anfang 2016 dann der Fall sein. Also was da auf uns zukommt, wissen wir noch nicht, aber die haben halt so Geschäftszahlen aufgelegt, Geschäftsbesprechungen gehabt und so und da wurden halt diese Themen, drei neue Spiele und Battlefield V bereits veröffentlicht. Am 18. August wird es bereits soweit sein und das Spiel Zombie U, was im Vorfeld für die Wii U erschienen ist, wird nun auch für die Playstation 4, die Xbox One und den PC als digitaler Download erhältlich sein. Und das Ganze wird eben so eine Neuauflage von dem Zombie-Spiel für die Wii sein, weil das im Vorfeld auf dieses Touchpad ausgelegt hat, wird das Spiel ein ganz klein bisschen modifiziert. Und Ubisoft sagt des Weiteren auch, dass sich das halt eben den neuen Konsolengenerationen anpasst, was ganz einfach bedeutet, dass die Grafik vermutlich aufgebohrt ist, damit ihr eine noch bessere Horror-Erfahrung haben könnt. Für Star Wars Battlefront wurde dann auch noch ein neuer Spielmodus bekannt gegeben und der nennt sich da Blast. Das bedeutet glaube ich so viel wie Gefecht, wenn mich nicht alles täuscht. Und das ist ganz einfach ein 10 gegen 10 Multiplayer Deathmatch, bei dem man 100 Kills erreichen muss oder das Spiel läuft halt je nachdem 10 Minuten lang und wer dann mit den Kills führend liegt, ist halt der Gewinner. Meines Erachtens ist immer diese Sache, Team Deathmatch ist für mich so der langweiligste Modus. Entschuldigung, liebe Freunde bei Electronic Arts, aber so Deathmatch ist wirklich was, was ich gar nicht brauche. Aber ich weiß auch genauso wie vermutlich der Publisher, dass das ein sehr beliebter Modus ist. Spielt ihr gerne Deathmatch in Multiplayer-Matches? Techland hat sich jetzt nochmal zum kommenden Dying Light DLC Following geäußert. Und sie haben gesagt, dass Following selber genauso groß sein wird, wie zuvor alle Maps in Dying Light. Zusammen. Das Ganze wird für die Season Pass-Besitzer umsonst sein. Wann das Teil rauskommt, gibt's derzeit noch nicht. Auch was das separat kosten wird, weiß man auch nicht. Vermutlich gibt's dazu erst Infos auf der Gamescom. Das Ganze jetzt hier ist ein absolutes Gerücht, da ist wahrscheinlich überhaupt nichts dran. Und zwar Homefront 2. Da könnt ihr euch vielleicht dran erinnern, das war so ein Mega-Desaster. Mit Crytek ist das ganze Ding ja nochmal abgestürzt und so und dann ist es irgendwie absolut still um den Titel geworden. Homefront hatte damals, Homefront 1, hatte damals, wie ich fand, einen sehr guten Ansatz von der Spielerperspektive aus. War dann aber technisch und letztendlich doch so ein bisschen so Mittelmaß geworden. Dann ist das ganze Ding zu Crytek gegeben worden und man hat gedacht, boah mit der neuen Grafik-Engine und so, das wird jetzt richtig coole Atmosphäre bekommen. Und dann Crytek leider ein bisschen abgeschmiert und so und dann ist es relativ still um das Ding geworden. Und jetzt hat der User Shinobi602, vielleicht ist der euch in Erinnerung, der taucht öfter mal so im NeoGA-Forum Twitter und so auf und twittert immer so Insider-Informationen, wo man nicht genau weiß, wo die herkommen und meistens ist da relativ viel Inhalt dran. Und der hat jetzt nochmal gesagt, er freut sich darauf, in naher Zukunft Homefront wiederzusehen. Das könnte man jetzt so deuten, dass die Homefront 2 auf der Gamescom zeigen. Ich glaub's aber nicht. Die Gears of War Ultimate Edition wird am 25. August, glaub ich, erscheinen, also so Ende des Monats schon, freu ich mich richtig drauf. Ich bin alter Xbox 360-Spieler, weiß glaub ich jeder, hat mit Gears of War 1, 2, waa, waa, mega Spaß gehabt, hab das unheimlich viele Multiplayer gespielt und so. War wirklich richtig geile Gaming-Erfahrung, jetzt kommt das Ding ja für die Xbox One raus und die haben auch nochmal einen neuen Trailer rausgehauen, wo sie ganz einfach so ein bisschen darüber reden, inwiefern sie halt das grafisch verbessert haben und so. Wer der englischen Sprache ein wenig mächtig ist, kann da immer reinschauen. Pop up and pop up and shoot, like you have to kind of move yourself between cover and cover. Gears is a feel. How does it feel to go in the cover? How does it feel to pop up and shoot? How does it feel like to change? So meine Freunde, dann ist eigentlich noch ganz viel Aufregendes in der YouTube-Welt passiert. Das muss ich überlegen, ob ich das demnächst auch mal so mit in die Daily News so ein ganz klein bisschen mit reinpacke. Das habe ich glaube ich ein oder zwei Mal gemacht, da könnt ihr mir gerne mal euer Feedback zu dalassen. Ob ihr Bock drauf habt, dass ich vielleicht so einmal in die Woche so irgendwie ein anderes Video von irgendeinem anderen YouTuber erwähne, sei es Dagi Bee oder was weiß ich. Gucken wir mal, was es da so gibt. Ne, schon vermutlich dann eher Dinge, die euch auch interessieren könnten. Da könnt ihr mir gerne mal Feedback zu dalassen. Zudem kann ich jetzt schon mal ankündigen, ich werde heute oder ja, vermutlich heute werde ich noch eine Folge von Ihr fragt aufnehmen. Da habt ihr eine Menge Fragen schon auf Facebook und Twitter gestellt, das werde ich noch beantworten. Das werde ich dann so über die Gamescom-Woche ausrollen. Ob es dann Mittwoch eine Gamescom-Daily-News gibt, kann ich derzeit noch nicht sagen. Dann müsste ich die Dienstagabend im Hotel aufnehmen, weil ich bin die ganze Woche halt in Köln unterwegs. Vielleicht mache ich das für euch. Ich sage auf jeden Fall Danke für euren Support. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr auf der Gamescom vorbeikommt. Bin auf jeden Fall am Ubisoft Stand zu treffen und sicherlich auch mal bei ShirtTube ab und zu. Das sind die Jungs, die Sirius-T-Shirts drucken. Da werde ich sicherlich auch mal zu finden sein. Wie gesagt, beachtet da einfach ein bisschen Facebook und Twitter, wenn ihr das haben solltet. Da werde ich das dann immer wieder bekannt geben. Ich sage wie immer Danke fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Sonntag, bis zum nächsten Mal und haut rein! Bis zum nächsten Mal.